Ho, 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 der Nikolaus ist da, oder sollen wir lieber sagen Blub, Blub, Blub. Ein ungewöhnlicher Besucher mit rotem Mantel, Zipfelmütze und Bart hat die Fische in einem Münchner Großaquarium beschenkt. Er habe den braven Fischen einen kleinen Leckerbissen vorbeigebracht, berichtete eine Sprecherin des Aquariums Sea Life. Natürlich habe es weder Mandarinen noch Nüsse gegeben, sondern Makrelen und kleine Tintenfische. Der tauchende Nikolaus ist im wahren Leben nicht mit dem Schlitten unterwegs. Er ist genauso wie Knecht Ruprecht ein Mitarbeiter der Unterwasserwelt. Zum Abschluss des Tauchgangs wartete noch eine Überraschung auf die Fische, die einfach zum Anbeißen ist. Alle großen und kleinen Besucher durften den Besuch des Nikolaus in der Unterwasserwelt miterleben. Wollt ihr mehr solcher Videos, dann teilt unseren Beitrag und lasst ein Like da. Und wir wünschen euch jetzt schon eine schöne Adventszeit.